Herzlich Leute, was geht ab? Ich bin Tico Rammansorti und willkommen auf Musikpunch.TV. Heute, morgen bin ich aufgewacht und dachte mir nichts Böses dabei, guckst du mal durch mein Handy durch. Einmal sehe ich, Sido und Kool Savas bringen ein Album raus im Herbst mit dem Namen Royal Bunker. Ich bin erstmal komplett eskaliert, hab mich schmierig gefreut. Also ich feiere beide Künstler schon sehr lange, von Sido habe ich steckes Album für mich gekauft. Sikool Savas, auch ein krasser Künstler, habe ich jetzt noch nicht so viel gekauft. Ich glaube zwei Alben habe ich von ihm. Und ich bin sehr gespannt auf die Combo auf jeden Fall und freue mich sehr auf das Album. Und ich bin gespannt, wie gesagt, und deswegen meine Frage an euch. Freut ihr euch auf das Album von Sikool Savas und Sido? Welche Alben fandet ihr am besten von den beiden? Würde mich interessieren, weil wir sind hier ein Musikkanal, bei der auch für Diskussionen gerne bereit ist. So stelle ich in die Kommentare gerne, da kann man so ein bisschen diskutieren. Finde ich immer ganz nice. Und dann machen wir das mal, würde ich sagen. Schreibt was in die Kommentare und dann sehen wir uns zunächst wieder in neuen Videos. Bis zum Beispiel PunchTV.